hallo es ist viel zocken nicht so viel er sagt praktisch wieder da ja leute ich bin wieder da und wir haben letzten sollen wir zu all diese waffenkammer kommen ich habe mich ein bisschen informiert wie das geht mit dem waffenkammer und ich bin sage ich einfach ich bin behindert der hält was man behindert weil das geht also einfach zum beispiel so und fertig das ich bin so behindert ohne scheiß komm so einfach ist es bitte bitte ja heiß her aufbasen also das ist die ich denke jemand labbet juhu also aufpassen jetzt kommen wir mehr mienen weil die mini sehen ein bisschen anders aus als in drei kugel die sind wahrscheinlich schwer ja leute ich werde kein zement tragen minzig das ist sie dir lol was weg die haben was hier vergessen ich hab so ich hab kein also schau mein hund hat schaden die hat schaden ich hab keinen schaden wow glück ab ich hab keinen ich hab keinen wisst ihr wie scheiße das ist alle haben schaden außer mir ich meine ich bin mir oh waffe das nehme ich auch nein ich trinke schon zu viele lol ja leute mir ja toll also so schwer an diesmal Ja komm schmeiß mir das raus. Ja okay das habe ich sehr viel. Da ist was. Huch Glück gehabt. Lange Finger. Also. Ah das ist was klappt von ihr. Oh Manni. Jawohl. Das nehme ich. Das mache ich nicht. Aufpassen. Zement. Das ist jetzt hier. Oh Mann auf andere Seite muss man ja gehen. Hier kann man schnell tot sein wenn man nicht aufpasst. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das war blöde Idee. Sau blöde Idee raus zu gehen. Vielleicht besser ich werde nicht essen weil die brauche ich. Hörsch. Fick dich. Scheiße wieso habe ich nicht gespeichert. Ah ne. Doch habe ich. Gott sei dank hat sie so Glück gehabt. So. Jetzt. Zack. Das nehmen wir. Weiter. Weiter. Und. Hier sollte Mine sein glaube ich. Okay. Okay. Wir gehen weiter. Scheiße. Kommen sie. Ja komm nicht. Ja. Die Waffe gibt mir gar nichts. Die gute das er kommt nicht weiter. Schlechte Nachricht ist saustark. Komm essen wir ein bisschen. Ich bin behindert. Ich bin behindert. Ich bin durch Granaten. Ja. Nein. Alter wieso. Wieso. Wieso klappt das nicht. Habe ich ausgerüstet. Die Granaten. Ich muss schauen ob habe ich ausgerüstet. nicht. Natürlich nicht. Oh. Oh! Nein! Du Schlampe! Die Schimmel auf der... Falsche Seite! Alter! 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 Ich muss... Und ich muss so schießen! So! Das ist behindert! Oh ne Scheiß! Nein! Es ist so gut gelungen! So gut gelungen! Nein! Die muss alles verkacken! Bitte! Sag nicht! Ich hab keine Granaten mehr! Gott sei Dank hast du Glück! Ich hab kurz die Aufnahme aufgehört! Wollte nur speichern! Genau! So! Wunder mir ist was runtergeflogen! So! Für erstes! Ich kann ja nur das brauchen wir! Ich kann ja nicht mehr gehen! Das ist alles! Was ist das? Wann ist das? Nein! Was ist das? Sag nicht in meinem Wettbewerden! Also. Komm. Ich brauche was anderes jetzt. Ja, ich brauche noch Leben, habe ich jetzt gesehen. Ja, ich brauche jetzt. Der ist noch am Leben. Der ist stehen geblieben, oder? Ich brauche jetzt ein bisschen Waffen. Schade. Nee. Schade. So. Munition. Funktion. Funktion. Yay! Schade. 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 lol irgendwas habe ich genommen ja ich träge zu viel jetzt läuft ja weil das ist übertrieben schwer und so juhu aber wie viel trage zu viel ich kurz schauen hier fast 400 ja ist geil so ich weiß nicht hilfsmittel habe ich aber okay komm das ist ganz schwer muss ich wegschmeißen ich glaube ich muss ja auf gewicht gehen ohne scheiß so gewicht 3 komm schmeißen wir weg gewicht ja halbe ja 1 30 30 16 16 das machen auf weg wie wichtig ist zweihalb mein gott so viel 1 1 1 1 1 Diese Ding wiegt 15 Kilo Äh was Hm Okay Okay Spezial Stahl Ich brauche nur einen Stall Stahl zu finden ist einfach Okay Manchmal ist es nicht aber ja Hauptsahl Normalweise ist immer einfach Stahl, Stahl, Stahl Holz, okay So Stahl, 6 Juhu, kann ich schon Äh Komm mal, gehen wir nach oben So 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 Loll, kannst du da ein bisschen nicht dort? Wuhu! Habe schon! Sagen... Ja, nein! Einsetzen, aber wie? Können wir ein paar Sachen tauschen? Schieß los! Und was brauche ich jetzt? Für die Arteralie zu bauen? Schrauben! Toll! Felder! Schrauben! Schrauben? Schrauben? Schrauben! Was brauche ich? Stahl! Von mir aus! Holz und Stahl! Holz und Stahl! Holz! Holz! Stoff! Holz! Holz! Stahl! Holz! Stahl! Holz! Stahl! Ich brauche Schrauben! Ich brauche Schrauben! Gumm! Gumm! Schrauben! Ich brauche Schrauben! Schrauben! Ich brauche Schrauben! Ich brauche Schrauben! Ich brauche. Also... Schrauben! Suchen, suchen. Stoff, Stahl, Plastik, Plastik, Korken, Plastik, Schrauben, 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 Habe ich schon noch Feld, Wo findet fucking Feld, ja Felder, Beton, sehr, Juhu, 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 Juhu,